ARD Text im Auftrag von Funk Wie war dein Tag in der Schule? Gut. Diese... Diese zwei Welten irgendwie, die zusammenkommen. Die Leute, die du in der S-Bahn siehst, die irgendwie gerade zur Arbeit fahren. Wir kommen aus dem Club und wir kommen... Wir feiern uns voll darauf, so wie raus wir eigentlich sind. Und können gar nicht mehr richtig reden. Gehen zur Schule zurück und keine Ahnung. Im Endeffekt machen wir trotzdem unser... Unser fucking Abi so. Gar nicht mal so schlecht eigentlich. Ich will sie nicht weg. Ich will sie nicht weg. Ich weiß nicht, was du schon gemacht hast. Hast du dich vorbereitet? Ich muss noch lesen. In 20 Minuten gibt's Essen. Ciao. 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 Ciao.